Michelle will Klarheit. Wenn ich dich so Sachen frage, mit wem hast du gekuschelt, dann mache ich das, um herauszufinden, ob wir beide auf dem gleichen Weg sind. Die Bewohner kommentieren sich gegenseitig. Oh Gott, ist das komisch. Dass du Michelle nicht deine ehrliche Meinung sagen. In der Wochenaufgabe geht es um... Das goldene Final-Tricket. Und das erste Duell lautet... Gegen... Big Brother, gleich in Sat.1.